Welche der folgenden Antworten zeigt, wie der Kontakt mit anderen Völkern die Weltansicht der Genovese beeinflusste? a. Genua und Venedig beschlossen, ihre Handelsimperien aufzuteilen. b. Die Universität von Genua wurde zu einem Zentrum des Lernens, das Ideen aus Asien, der muslimischen Welt und Europa verbreitete. c. Europäische Kaufleute reisten zum Warenaustausch nach Genua. d. Christophoro Colombo, Christoph Kolumbus, war ein Seefahrer aus Genua.